Also dafür warst du offen, aber nicht für Kampfeinsätze? Nein, genau. Also für Kapitel 6 wäre ich offen, aber nicht für Kampfeinsätze. Welche Kampfeinsätze würdest du denn jetzt beenden? Da muss ich ehrlicherweise sagen, die habe ich nicht alle einzeln im Blick. Hast du eine Idee, wie viele Kampfeinsätze der Bundeswehr aktuell laufen? Nee. Kannst du ein Beispiel nennen, welcher Kampfeinsatz beendet werden soll? Afghanistan ist ja schon beschlossen. Dass es ja beendet wird? Nee, war ja mal beschlossen, dass es jetzt beendet wird. Ist ja offensichtlich wieder in Frage gestellt. Was ist mit anderen Kampfeinsätzen? Somalia haben wir ja noch zum Beispiel. Das ist ein Kampfeinsatz? Das ist kein Kampfeinsatz, aber das sind Bundeswehrsoldaten. Aber wenn ihr sagt, Kampfeinsätze der Bundeswehr beenden, dann muss es ja mehr als einen geben. Kannst du noch einen anderen nennen? Afghanistan, wo sind wir noch mal? Ja, ich habe mein Spickzettel mit. Das war's? Es gibt todsicher mehr. Aber die sollen beendet werden? Ich sage ja, das muss man jetzt im einzelnen Fall prüfen. Aber dass Bundeswehrsoldaten nicht ins Ausland gehören, bleibt Standard.